Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Play Minecraft Multiplayer, wieder mit Janis, Bedi und Rassi. Viel Spaß! So, und es heißt Kompasse! Jawohl! Von wegen Kompanten hier. Ach nee, Kompanten, so ein Scheiß, ey. Niggi, mir fehlt. Ja, das wirst du nie wieder los, Niggi. Nein, weh, 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 niggi, wenn wir das Deutschland nicht sehen. Ne, ne, nein, nein, nein. Ohr, dein Ferien, aber... Niggi, schön, 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 schön schön, schön schön. Geiles Freibadwetter. So, und so, dass es euch sicherlich aufgefallen ist, haben wir jetzt auch einen League-Auf-Legend, das ist mit Let's Play, also nichts ankommen und können Streit und Schnell einfach finden, dann... Könnt ihr sehen, wie die Profis beim Spielen, denn Benni hat es ziemlich drauf, kann man sagen. Ja, ich spiele auch mit, aber ich habe es nicht drauf. Bitte verzeiht mir das, also bloß so als Kennstimmungskanon. Nein, mein Scherz. Aber wir machen das, ne? Oh. Ja, ja. Ich bin auch nicht drauf und ich spiele das Spiel auch gar nicht. Ach, nee. Aber ich werde es auf jeden Fall angucken und liken und kommentieren. Ja, liken, nicht liken, nur liken. Ach, stimmt, ich liker es ja gar nicht. Ja, stimmt. Ja, ne? Du wirst auch nicht unseren Channel abonnieren. Na, warum würde ich das denn tun, Mann? Das wäre ja ein bisschen... Ach, nee, ja, dieses Scheiß-Let's-Play ja echt, ey. So ein Kack, ja. So, was bräuchten gar nicht mehr. Das bräuchte ich nicht mehr, das bräuchte ich nicht mehr. Ach so, perfekt. Ah. Jetzt geht's hier ans. Oh, Mann, jetzt richtig viel Kohle. Wurzig und es kommt immer noch richtig viel Kohle. Das ist von der Kohle, ja. Kinder, ihr seid ja richtig hier aktiv. Tja. Ja. Sicher. Sicher. Dann bauen wir hier nochmal einen Gang ein. Ach ja, ach, das ist alles perfekt. Ben, ihr geht weg. Hier will ich das haben. Ben, ihr geht weg. Er wird 53 Kohleteile aus einer A rausgezogen. Macht das mal. Das ist nicht schlecht. Yes, ich hab das Eisern. Jetzt geht weg, ja. Hier kannst du aber gleich so klauen. Also, sorry, alles. Keine Ahnung, warum, aber. Werde ich an. Ja, ich hab, ich dachte, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich dachte eigentlich, ich hab dich geschlagen. No, nee, haust du nicht. Boah. So, der hat nicht. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Der ist in Tobi. Welche Layer haben wir hier? 14. Weil, da müsste es eigentlich auch mal Dias geben, irgendwie. Wir haben doch schon einen. Einen haben wir schon, ja. Einen. Diamanten haben ja auch dieselbe Form wie Eier, schon mal aufgefallen. Welche Eier? Ja, das ist doch echt genauso. Wie deine Eier, vielleicht. In meinem Textaffekt nicht. Ja, in meinem Textaffekt, ich hasse das Textaffekt. Wie groß können eigentlich Diamanten werden, also jetzt so in der Realität? Hat jemand ein Crafting-Table mit oder bin du Colts für ein Crafting-Table? Guck mal nach da hin. Halle, ich hab' eine Frage gestellt, antworte bitte. Naja, nein. So, dann haben wir auch die, das also wieder. Das ist ein Kissen, wenn ich mich bin. Ich pack mal, meint es rein. Da hab' ich auch gemacht, da kann irgendwas mit hochnehmen. Oh, hier hab' ich zum Beispiel Räuchte. Zombie-Räuchte. Äh, wo ist nicht so hoch? Aber, die muss man jetzt hier mal werden. Zombie-Räuchte. Zombie-Räuchte. Hinter, nein, vor mir. Ja, jetzt vor mir. Ah, hinter mir, das war da. Äh, Leute, wieso sind das so viele? Oh, ich höre gerade richtig viele, als wäre so ein Dungeon. Ist vielleicht auch. Ja, das mal gucken. Vielleicht freigelegt ist gut sein. Du. Ja, ich bin vorhin hab' ich noch auf deinen Weg gekommen. Und dann könnte ich irgendwo draufstehen. So. Ja. Dann wieder nach draußen. Und mal schauen, was hier so los ist. Oh. Auf, bei Quieper vor der Haustür. Ja. Ja. Muss ganz schnell mal weglaufen. Die bringen einfach überhaupt nichts. Die rennen da rum und wenn du in deine Nähe kommst, explodieren die. Oh mein Gott. Oh. Die nerven einfach. So richtig unnötig, ne? Die Gemeinschaft. Genau so wie fliegen. Keiner braucht fliegen. Was? Keiner braucht fliegen. Du Frösche. Was ist das? Was bist du? Fliegen. Nein, nicht du. Wir können Benni. Frösche. Fröschen. Ja, die können doch was anderes essen. Die können doch also auch ein Brot backen oder so. Keiner braucht Mücken. Ja, stimmt. Mücken braucht keine. Die sind noch, genau. Die sind sogar noch unnötiger als Fliegen. So, ich würde sagen, wir können hier mal... Ey! Ich will das auf eurem Ola suchen. Genauso wie Pute. Die sind auch unnötig. Was? Pute? Pute. Pute. Puten. Puten. Die sind voll unnötig. Schmecken immer geil. Obwohl dann sind sie eigentlich doch nicht unnötig. Da kannst du mal ausprobieren, einfach einen Huhn nehmen. Ja, das ist ja keine Pute mehr. Nee, echt? Nee, eben. Ja, kannst du mal sehen. Hobbybiologe Rasmus, das geht ja gar nicht. Schmelzen wir hier mal den Schnee weg. Ganz fix. Mach uns ein bisschen schneller. Und dann können wir daraus, glaube ich, wir haben ein Haus bauen. Dann sieht das nicht so Öl aus in dieser Höhle. Sondern dann haben wir auch einen schönen... schönes Häuschen. Mach es nicht, natürlich. Aber jetzt erst mal Penn. Schnauze, wenn ihr jetzt erst mal Penn. Da unten ist kein Bett, wir Pennen nicht. Da unten ist kein Bett. Da unten ist kein Bett. Ja, kommt hoch. Nein? Nein, wir kommen jetzt sicherlich nicht hoch. Oh Mann, da muss ich schon wieder runter. Wir Pennen einfach mit nach unten oder so. Dann geh jagen. Geh irgendwelche Viecher jagen, die nachts spawnen. Genau. Mit meinem vollen Mittag. Ja. Ich meine jetzt noch ein bisschen. Und dann leere ich dir irgendwie mal aus. Mach dir einfach den Kusschen oder so. Ist mir nicht geil. Oder geh einfach Pennen. Wir bauen hier weiter und du geh letztens ins Bett. Das wird eine spannende Folge. Ja. Ja. Du musst für die ganze Zeit labern. Das ist auch scheiße. Ey, hier ist eine Höhle. Habt eine Höhle gefunden. Hallo. Oder? Ist das... Ah. Sehr große Höhle. Ha. Geil. Okay. Habt doch keine Höhle gefunden. Nur ein Chunk Error. Boah. Das war so ein Scheiße. Ich hab mich so geärgert, ey. Dieses Kind, ey. Boah. Wir fragen ihn noch so sechsmal so. Sicher, dass es kein Chunk Error fehlt? Äh. Ja, ihr wisst schon. Äh. Jedes Mal nein. Es ist ganz sicher ein Loch. Was das ausprobiert hat. Mega gefehlt, ey. Geil. Ja, vor allem bist du dann durchgestorben. Ihr wart eure Scheißt dann immer noch zwei Wochen. Und ich muss die ganze Decke wieder erweitern oder was? Ja. 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 Ja, natürlich. Dann ist sowas anderes. Ach, geil sein. Wo ist Niki? Hier. Hier. Vor allem Niki sagt gar nichts mehr. Natürlich. Er ist dann still geworden. Ich komm ja gar nicht zum Wort bei euch. Ihr labert die ganze Zeit durch. Kann ich gar nicht reden. Nein. Ist das schlimm? Willst du jetzt verurteilen? Ich muss mehr extrovertiert werden, Niki, so. Echt? Das geht gar nicht. Ah, extrovertiert. Mehr extrovertiert. Die Punkte setz ich nie bei die Sims. Nicht. Das hat er gerade gelabert. Das hab ich doch nicht verstanden. Bei die Sims. Extrovertiert-Punkte. Ach so, ach so. Ne, das mach ich oft nicht. Das hat doch nie Sims gespielt. Nö. Das ist einfach richtig nötig, Mann. Ach ne, das ist mega. Das musst du gespielt haben in deinem Leben. Ah, ja. Das hat's also nötig. Alles hat's nötig. Alles hat's nötig. Ja, die Sims ist echt eigentlich verlustig, ne? Ja, Sims hat eigentlich jeder mal gespielt. Muss gespielt haben. Das gibt's sogar fürs iPad. Wo es doch nicht scheiße ist. Aber damit geht's auch. Aber irgendwie funktioniert das nicht ganz gut. Auf dem iPad, da mach ich immer eine... Ich lass sie immer nur pennen. Dann krieg ich... Die Unendlich 4 XP, aber machen wenigstens. Und... Ja, macht noch... Die Penner noch am Tag. Und dann guck ich, wenn ich das jetzt mal angehen muss. Dann dann, was ich die wieder pennen und pennen und pennen. Ja, ja. Von mir immer so, ich... Ich über alle möglichen Spiele und am Ende spielst du gar nicht. Ja, es ist bei mir auch so. Ja, aber noch mehr schleichen. Einmal pro Monat misst ich das ganze iPad aus und dann ist wieder gut. Das ist immer auch wieder... Was sind... Schaufel... Wir sind auf Werk... Werk-Einstellung zurücksetzen, ne? Dann sind wir alles gelöscht und dann... Das ist wieder Monat rein. Das ja bekloppt. Nein. Das ziemlich doof. Ja. Ja, also. Ja, also, ich brauche uns kurz mal schaufeln. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Das ist schon gut. Hallo. 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 Die Fresse, Billy. Jetzt der kleine Peter. Peter ist scheiße. Entschuldigung. Ich hab... Schaufeln. Wir haben ja hier nötig, weil man kommst mit den Schaufeln ja an. Echt, Mann, ey. Ich komm mal her. Das sind wir selber eingesammelt. Ja, weil du so doof hast. Danke. Ich glaub, bei dir wird's langsam langweilig, wenn du so zu uns schaut. Na, Quatsch. Das ist total spannend, ja. Mining. Ich mein, das heißt ja Minecraft. Das ist ja nicht zum... Ja, das Problem ist, man kann sich nicht immer extra haben, weil irgendwann muss man ja mal meinen, weil sonst kriegt man ja gar keine Rohstoffe. Ist so. Naja, es sind drei Leute, die peinen. Naja, wir meinen jetzt erstmal hier so ein kleines Let's Play mit Mining und dann machen wir das nächste wieder mit nur an der Oberfläche. Dann ist immer schöne Abwechslung drin und... Wunderbar. Die Leute gucken sich immer bloß jedes zweite an. Genau. Kann ja die Beschreibung schreiben. Heute wieder nur mit Mining. Ja. Immer bloß so zur Vollständigkeit, ne. Genau. Okay, Moment, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Zeit und dann können wir da noch mal rausgehen. Das blöde ist, es ist grad Nacht und ihr wollt nicht pennen, also deshalb muss ich meinen. Ich will pennen, komm mal her. Aber wir wollen nicht pennen, also vergiss es. Was sollte das jetzt gerade? Ja, ich schlag dich zu, oder? Nein, nein. Ich hab keinen Lust. Du noch was? Das hatten wir schon mal, also verpiss euch. Genau, ne. Ja, grad mach ich nur mit ner Faust in der Stein, was gesagt. Ich hab nicht gesaved, also... Ganz brenzlig, wenn jetzt ja alles kaputt geht, ist alles kaputt. Oh, ich kann man nur von Neuheit fahren und alles scheiße, ne? Ah. Genau. Wunderbar. Hammer geil, du da mit deinem kleinen Lichtlein. Wunderbar. Ja. Alter, ich bin da richtig zurückgefetzt. Hast du das gesehen? Wir sind schon drei Blöcke. Ja, locker. Ach, ja. Ich hab keine Lust mehr auf Schule. Heute war auch wieder so unnötig. Nicht mehr lang. Berufsfindung in der AOK mit schön viel Schleichwerber. Ja, wieder 50 Euro von der AOK. Ich hab nen Leuchtschiff bekommen. Oh ja, dafür musst du unterschreiben, dass deine Daten schön verkauft werden dürfen. Ne, dass du nicht... Jetzt bekommst du Post und Anrufe, kannst dich dann nicht mehr mit werfen. Jetzt kriegst du da Anrufe und jetzt kriegst du einfach hier Newsletter. Naja, ich hab mich nur leider bei der... Naja, ich hab mich nur leider bei der... Naja, ich hab mich nur leider bei der... Naja, ich hab mich nur leider bei der Telefonnummer verschrieben. Oh, schade, wow. Musst man nur mal vom Puff hinschreiben, ehrlich. Ja, Micky kennt die Nummer vom Puff. Das ist doch ganz leicht. Ihr müsst einfach so wie... Als würdet ihr eine SMS tippen, dann hier vier mal die 7, zwei mal E und... Moment. Was ist X? Warte, Moment. X ist... Warte mal, können wir ganz schnell mal hängen. Oh, scheiße, laba, 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 laba. Zwei mal neun. Ich weiß zu. Zwei mal neun. Also vier mal sieben, zwei mal drei und... Zwei mal neun. Ja, Nicky kennt sich mit sowas aus. Ja, klar, Mann. Klingelstreich von früher immer so, als ich hier... Wir kommen blau auf in der Decke, wie geil ist das denn? Ja, mach mal den Daumen weg. Das ist lustig. Nein. Du bist nur. Sag ich nicht. Ich weiß, wie wir das nebenbei. Stille. Gehst du nach rechts, oder was? Ja, gehst nach rechts. Was sag ich denn hier? Oh mein Gott. Damit du hier herkommst, oder was? Die hat überrecht gemacht. Ah, überrecht gemacht. Wir verstecken uns. Nein! Nein! Achtung! Wir sehr verfreut, ey. So ein kleines Kind. Oh, sorry. Wie so'n Fisch. Das wäre ja ein ganzes Merk. Wie ein Fisch? Ja, weiß ich auch nicht wieso. Sagt man das nicht so? Nein. Oh, Mann. Der freut sich ehrlich. Sagt man das? Sagt man das? Und, Alter, er... Gerade eben kam gerade mit so'ne schwangere Oma, ey. Was? Eine schwammige Oma kam gerade bei dir? Ich hab über Schwangere gesagt. Ach so. Ich hab eine schwammige Oma kam gerade bei dir, hab ich verstanden. Ja. Jetzt hör einfach mal auf, Benni. Du meinst jetzt echt scheiße. Ja, ich mach das nur, weil ich Food brauche. Ich hab Hunger. Boah. Ja. Dann geh da aber hoch, da ist bestimmt was in der Kiste drin oder so. Ja. Ja, oder? Du hast gute Nacht, das ist gemein, gib eher. Ja. Mach ich auch. Ich hab ein Schwert, ich laufe auch. Ich hab auch ein Schwert. Ja. Es zeige ihn ein, Benni. Oh, ich hab Hunger. Jo. Was will du tun? Warum hab ich eigentlich so wenig Leben? Jo, weil... Ja. Gib mir Food. Im Gegensatz zu einer Katze hast du nur eins. Also... Ich hab nicht ins Schwert gehauen. Ja, aber du hast mich mehrfach gehauen. Ich hab Hunger. Ich gehe nach oben. Ich rege mich nicht mehr. Nein. Es ist eine Hand. Gibs her. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau. Tschau.